Prrrr, привет meine Glühbirnen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Ezer 2. Gab es länger nicht mehr auf dem Kanal und es beginnt gleich. Vorab, damit ich nicht zu lange um den heißen Brei rede mit einer, ja wahrscheinlich für den einen oder anderen eher schlechten Nachricht. Das wird die letzte Folge Minecraft Ezer 2. Vorerst. Vorerst. Warum ich mich dazu entschieden habe und was es stattdessen geben wird, Später, aber vorher, bevor ihr alle auf den Abo-Button drückt, mich ins Death Note schreibt und mir, keine Ahnung, einen Fußpilz wünscht Es wird was viel, viel besseres kommen Versprach er und dann kam Scheißdreck Nein, keine Sorge, ich werde kein Hello Kitty Simulator spielen Auch wenn ich das sehr gerne wollen würde Leider ist Hello Kitty Online mittlerweile offline Das ist eine große Tragik Aber ja, es wird ein Projekt folgen vom Survival-RPG mit FAMO zusammen Ja, wir wollen das im Laufe der Woche aufnehmen und da ist das Interessante FAMO entwickelt das Survival-RPG Also, es ist eine Survival-Mod, so RPG-mäßig gemacht, wie auch der Name eigentlich sagt Survival-RPG ist Survival-mäßiges RPG Hm, Sandron, gut erklärt Aber ja Und davon wird es halt von uns beiden Videos geben Und es ist halt so, FAMO ist der Hauptentwickler von Plugin Also es ist ein Server-Plugin Und ich schreibe die Items dazu Also sehr, sehr viele Items, die wir dort finden werden Oder zumindest ein guter Teil davon Wird aus meiner Feder stammen Und ich glaube, es wird so ganz interessant Und es wird auch etwas, was es so auf YouTube nicht gibt Denn die Entwickler gibt es nur einmal Also besser gesagt, den Entwickler FAMO Und dann gibt es natürlich mich, der sich einfach hin und wieder hinsetzt Und Schweine beobachtet Aber ja Warum es jetzt dazu kam Und warum ich sagte vorerst Kein Minecraft ever mehr Das hat ganz einfach den Grund Ich wollte diese Folge gerade aufnehmen Und habe schon wieder über eine Stunde in Troubleshooting investiert Ich musste gerade so viele Sachen ändern Weil Ezra plötzlich sich entschieden hat Ja, nur noch mit 14 FPS zu laufen Ich habe wirklich alles durchprobiert Aus irgendeinem Grund funktioniert das jetzt Hin und wieder, wenn ich eine Aufnahme starte Ich weiß nicht, woran das liegt Aber ja Aus diesem simplen Grund Habe ich gerade eine ganze Familie MOAS ausgerottet Wie ihr merkt Manchmal ruckelt es immer noch so ein bisschen Also Ja Das ist wirklich Was die Probleme angeht Ich habe mindestens Das Zweifache an Zeit Rein investiert Um ever 2 zum Laufen zu kriegen Als es aufzunehmen Das vorab Und ich glaube ich meine den MOA jetzt erstmal Denn Er ruckelt mir ein bisschen zu viel Und Ja Das ist natürlich sehr sehr deprimierend Auch wenn Ezra sehr sehr gut ankam Tut es mir wirklich leid Ich hoffe wirklich Ihr werdet euch Survival RPG Antun Oder wenigstens abwarten Bis es Kommt Und euch dann darüber eine Meinung bilden In meinen Augen wird es um einiges besser als Ezra 2 Vor allem weil es auch viel viel besser entwickelt ist Das ist so wirklich Das größte Problem was ich mit Ezra 2 habe Weswegen Also sagen wir so Wenn die Mod komplett entwickelt wäre Oder zumindest Halbwegs gescheit laufen würde Hätte ich auch kein Problem so viel Zeit rein zu investieren Um das zum Laufen zu kriegen Weil dann wird es mir richtig viel Spaß machen Hat mir auch verdammt viel Spaß gemacht Nur mittlerweile ist so ein bisschen so die Grenze erreicht An Dingen Die man hier machen kann Ohne ständig auf Baustellen zu treffen Damit meine ich halt vor allem Sowas wie die Dungeons Die Dungeons sind sehr sehr verbuggt Ich meine die Gegner haben keine Texturen Die ganzen Viecher generell bewegen sich manchmal nicht Oder bewegen sich total merkwürdig glitschen rum Es macht einfach ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so viel Spaß Ich war am überlegen Ob ich vielleicht die alte Ezra Mod Irgendwann so Keine Ahnung Vielleicht im Laufe eines Streams spiele Und es dann hochlade Oder vielleicht auch generell so als kleines Let's Play Irgendwann einfüge Wenn ich mal Lust drauf habe Aber vorerst Bin ich mit dem Ezra eigentlich dahingehend fertig Also Ich werde diese Welt nicht löschen Ich werde den ganzen Spielstand beibehalten Ich werde auch noch die Entwicklung weiter verfolgen Und wenn da wirklich Updates kommen Also ihr könnt mich auch gerne Falls ihr was davon mitkriegen werdet Mich anschreiben über meinen Discord Server Den ich zum Beispiel habe Der sollte in der Videobeschreibung verlinkt sein Falls ich es nicht vergessen habe Irgendwo ganz unten Und Ja Ihr könnt mich über meinen Discord Server immer erreichen Da bin ich sehr sehr oft in der Lobby unterwegs Schreibt ein bisschen Und Da einfach Mich entweder privat über Discord anschreiben Sollte gehen Oder Ich glaube ihr müsst mir eine Freundschaftsanfrage schicken Aber ich nehme eh jeden an Und Also wenn ihr da Informationen zu habt Gerne da einfach reinschreiben Oder mir über Twitter schreiben Mir egal Ich werde es wie gesagt selber auch verfolgen Aber man kriegt ja nicht immer alles mit Ich finde es schade Ich finde es schade Vor allem weil wir sowas wie Gravitide und so Nicht in Massen gefunden haben Ich war auch im Überlegen Ob ich mir jetzt alles hercheate Um euch wenigstens das noch zeigen zu können Aber wenn ich Au Wirklich Das Spiel noch weiter spielen will Sobald es etwas weiter entwickelt ist Was zur Hölle seid ihr überhaupt Die Beißen ein und hauen dann ab Vergiften ein und sind dann weg Das ist ja fast wie Timo Ähm Aber ja Ich hoffe ihr versteht Weswegen ich dieses Projekt jetzt erstmal aufs Eis lege Es hat mir sehr viel Spaß gemacht Generell fand ich es super Wie ihr Kommentare geschrieben habt Es war Eins der Ja Ich glaube das war sogar das Projekt in letzter Zeit Mit der größten Resonanz Deswegen ist es mir halt Umso schwerer fällt es zu beenden Nur Ich glaube Mit Survival RPG Habt sowohl ihr mehr Spaß beim Zusehen Weil ihr erstens öfter Videos kriegt Denn ich konnte SR2 wirklich nicht aufnehmen Weil ich genau wusste Wenn ich das Ding jetzt starte Wird es garantiert wieder irgendwelche Probleme geben Mit denen ich mich erst stundenlang rumkämpfen muss Und ich hab glaube ich meinen Moa verloren Naja Was soll's Äh Wenn eine Tür zu geht Geht die nächste auf Aber ja Ihr merkt Gerade gab es wieder irgendwelche Ruckler Und generell Die ganze Mod läuft nicht rund Also obwohl es angeblich 60 FPS sind Fühlt es sich bei weitem nicht so an Und ihr seht es glaube ich auch Äh Das ist etwas was seit dem neuesten Update da ist Also Die bringen noch Updates raus Und Ja Es läuft einfach nicht Das ist das was ich im Endeffekt sagen will Es tut mir wirklich leid Es tut mir Vom Herzen leid Und es tut mir vor allem weh Auch so ein Video hochzuladen Weil ich hab eigentlich gemerkt Wie viel Spaß ihr an all dem Zeug hattet Und Es tut mir einfach weh Euch Das wegzunehmen Denn Ich weiß wie es ist Wenn man ein Projekt gerne verfolgt Und Dann streichen Leute diese Projekte Einfach aus verschiedensten Gründen Mr.Mor Game Entschuldigung Aber ja Und es tut mir halt wirklich leid Und ich hoffe Bei Survival RPG Werdet ihr wenigstens Halb so viel Spaß haben Wie bei Ezra Ich werde auch irgendwann Wieder Singleplayer Minecraft bringen Also Falls ihr euch An der Tatsache stört Dass wir das zusammen aufnehmen werden Also Farmer und ich Mal schauen Also Es wird Wahrscheinlich nicht mal So viele Parts Survival RPG geben Und danach Je nachdem Wie ich Lust habe Entweder Ja Wie gesagt Solche Probleme gab es von Anfang an Und Ich bezweifle wirklich Dass sie an meinem PC liegen Also Wirklich Ich bezweifle es wirklich Aber ja Ich würde dann Sagen War es das eigentlich auch so Im Großen und Ganzen Was ich In dieser Thematik Zu erzählen hatte Was ich vielleicht Noch erzählen möchte Ist dass ich in letzter Zeit Öfter mal streame Meistens zur Abendstunde hin Dafür würde sich halt auch lohnen Einen Besuch bei meinem Discord Server Zu machen Weil dort wird es immer wieder Durchgesagt Wann welcher Stream ist Und wenn ich mal anfange zu streamen Ich habe mich jetzt erstmal hier versteckt Vor dem Giftmoor Ich hoffe das macht euch nichts aus Und Ja Es ist halt wirklich schade Da ich schon traurig war Minecraft Leben zu beenden Und Jetzt muss ich auch noch Minecraft SR2 Aufs Eis legen Was ja der Imaginäre Nachfolger Von Minecraft Leben war Aber ja Ich hoffe wirklich Survival RPG Wird euch gefallen Ich werde Noch versuchen Andere Projekte zu bringen Die vielleicht eher Dem Stil von SR2 Entsprechend Twilight Forest Soll ja sehr sehr gut sein Da kann ich ja mal Vorbeischauen Und ja Ich hoffe trotz allem Dass es euch gefallen hat Falls ja Lasst es mich gerne wissen Lasst mich auch gerne wissen Wie ihr über das Ende von SR2 denkt Ob Ihr an meiner Stelle genauso gehandelt hättet Das ist halt Ja Es ist einfach So viel Arbeit mittlerweile gewesen Dieses Projekt überhaupt Zum Laufen zu bringen Dass man da wenig Spaß dran hatte Und Im Endeffekt Wir wollen ja alle Einfach nur Unterhalten werden Ich will euch unterhalten Ihr sollt mir Tipps geben Ich will Spaß am Spiel haben Ihr wollt Spaß in meinen Videos haben Wenn es nicht funktioniert Funktioniert es halt nicht Es gibt ja Haufenweise andere Projekte Auf meinem Kanal Die jetzt auch Hoffentlich wieder Regelmäßig kommen werden Ich hoffe es hat euch dennoch gefallen Auf Wiedersehen Euer Sandron Und bis zum nächsten Projekt